Die Beziehung zur Firma Feneberg durch das Furnierprogramm ist Gott sei Dank sehr, sehr partnerschaftlich. Es würde es nicht so sagen, dass ich da mit in dieser Marke mitspreche, aber ich stelle gerne das vor, was ich machen kann auf meinem Betrieb und zeige das meinen Einkäufern, meinen Ansprechpartnern und die sagen mir dann, das ist eine gute Idee oder das lassen wir und so sind wir weitergekommen.